Herzlich Willkommen zu ADFM. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten. Und heute ist Heiligabend und ich hoffe, euch geht es gut und ihr feiert schön mit euren Familien, so weiter wie es geht. Ja, ich lese euch die Weihnachtsgeschichte vor. Wir aber lesen noch weiter zurück. Also, Lukas Evangelium, Kapitel 2. Kapitel 2, Strich, 1, was anderes nämlich, Vers. Aber wir gehen weiter zurück. Noch eine Geburt wird angekündigt. Ein knappes halbes Jahr später besuchte der Engel Gabriel eine junge Frau in Nazareth, in Nordengaleas. Sie hieß Maria. Und wer mit dem Zimmermann Josef verlobt. Maria war allein in ihrem Zimmer, als Gabriel plötzlich vor ihr stand und sie ansprach. Sei gegrüßt, Maria. Gott hat dir eine besondere Aufgabe zugedacht. Maria erschrak fürchterlich. Aber Gabriel beruhigte sie. Hab keine Angst, sagte er. Gott liebte dich und steht bei dir. Du wirst schwanger werden und einen Jungen zur Welt bringen. Den solltest du Jesus nennen. Er ist Gottes Sohn und wird für alle Zeiten über Welt herrschen. Maria machte große Augen. Der versprochene Retter? Ihr Sohn? Aber wie ist das möglich? Fragte sie erstaunt. Ich habe noch nie mit einem anderen Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird dir dieses Kind schenken, antwortete der Engel lächelnd. Schau, deine Verwandte Elisabeth bekommt auch ein Kind, obwohl sie noch als unfruchtbar gilt. Sie ist schon sechs Monate. Gott kann alles möglich machen. Maria kam aus den Staunen nicht mehr heraus. Elisabeth war eine alte Frau. Viel älter. Viel zu alt, um noch ein Kind zu kriegen. Wenn das stimmt, Maria senkte den Kopf. Ich liebe Gott, sagte sie. Er kann mit mir tun, was er will. Ich bin bereit. Nachdem der Engel verschwunden war, überlegte Maria nicht lange. Sie packte ein paar Sachen zusammen und machte sich auf den Weg zu Elisabeth. Elisabeth, sie meldet sich nicht vorher an, sondern stand plötzlich in der Tür und sagte, Hallo, Elisabeth. Ich wollte dich mal besuchen. Elisabeth drehte sich um. Du? Riff sie freundstrahlend. Du wirst die Mutter des versprochenen Ritters. Und du besuchst mich? Was ist für eine Ehre. Damit schloss sie Maria in den Arm. Möchtest du wissen, woher ich das weiß? Was fragte sie denn? Mein Kind schlüpft in meinem Bauch, als es deinen Gruß hörte. Freu dich, dass Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Maria blieb drei Monate bei Elisabeth. Sie half ihr bei der Geburt ihres Sohnes, bei der Vorbereitung für die Beschneidung. Acht Tage nach der Geburt wurde jeder Junge beschnitten und bekam seinen Namen. Das wurde groß gefeiert. Natürlich wird der Zerarias heißen, meinten alle. Denn das war üblich, einen erstgeborenen Sohn nach dem Vater oder Großvater zu benennen. Aber Elisabeth schüttete den Kopf. Nein, er wird Johannes heißen, erklärte sie. Warum denn? Fragte sie die Leute. Keiner aus unserer Firma heißt Johannes. Nein, nein. Saria soll entscheiden. Saria konnte immer noch nicht widersprechen. Deshalb hieß er sich Schreibtafeln bringen. Darauf schrieb er seinen Namen. Schrieb er. Sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sprechen. Überglücklich lobte er Gott und dankte ihm. Dann beugte er sich über seinen Sohn. Weiß sagte, du, mein Junge, du wirst Bote Gottes sein. Du wirst den Volk Gott, den Retter ankündigen und alles für ihn vorbereiten. Du wirst Menschen sagen, dass Gott sie liebt, immer ihre Schuld vergeben und ihre Frieden schenken will. Wieder daheim nach der Beschneidungsfeier machte Maria sich wieder auf den Heimweg. Sie freute sich sehr darauf, ihre Verlobten Jesus wiederzusehen und ihm alles zu erzählen, was geschehen war. Aber bestimmt machte sie sich auch Sorgen, wie er die Nachricht von ihrer Schwangerschaft aufnehmen würde. Jesus hörte aufmerksam zu, als sie von Elisabeth und ihrem Sohn erzählte. Als sie aber von dem Engel sprach, der sie besucht hatte, sagte er, in eineinhalb, er werde ich auch einen Sohn bekommen. Wer war entsetzt, du hast mich mit einem anderen Mann betrogen, fragte er. Aber nein, antwortete Maria, Gott hat mir dieses Kind geschenkt. Ich habe dich nie betrogen. Jesus sah, sie zweifelten an. Das sollte er glauben, diese seltsame Geschichte, die nie und nimmer konnte dieses wahr sein. Tottraurig und enttäuscht ging er schließlich schlafen. Warum nun hatte Maria das angetan? Er liebte sie so sehr. Warum belog sie ihm? Warum versuchte sie, für dumm zu verkaufen? Grübelnd wälzte Jesus sich auf seinem Bett hin und her. Ich werde die Verlogen auflösen, entschied er sich schließlich. Ich kann sie nicht heiraten. Wenn sie einen anderen Mann mehr liebt als mich, dann schlief er endlich ein. Im Traum aber erschien der Engel Gabriel und sagte, Jesus, du kannst Maria ruhig glauben. Sie heiraten. Das Kind, das sie erwartet, ist von Gott, nicht von einem anderen Mann. Sie bekommt einen Sohn, den sollt ihr Jesus nennen. Er wird sein Volk vor allen Sünden befreien. Als Josef einen anderen Morgen aufwacht, war er froh und erleichtert. Er hat Maria ihm nicht betrogen. Er konnte sie heiraten und das tat er dann auch. Geburt in Bethlehem Die Geburt ihres Kinne stand unmittelbar bevor, als sie überraschend auf die Reise geschickt wurden. Der römische Kaiser hatte eine Volkzählung angeordnet. Maria und Josef mussten nach Bethlehem gehen. Und dort in ihre Steuerlisten eintragen zu lassen. Weil beide Familien von dort starben, zu einer weiten Reise. Ausgerechnet jetzt stünde Maria, das Kind kann jeden Moment zur Wild kommen. Ich weiß, sagte Josef, aber es hilft nichts. Der Kaiser hat es so befohlen. Also machten die beiden sich auf den Weg. Mehrere Tage mussten sie wandern, bis sie endlich Bethlehem erreichen. Dort angekommen, trafen sie den nächsten Schlag. Alle Herbergen waren hoffnungslos überfüllt. Nach der endlosen Herumfrage nach einer Unkau fanden sie schließlich einen Übernachtungsplatz in einem Stall. Er war allerhöchste Zeit bei Maria hatte bereits die Wehen begonnen und kurz darauf brachte sie ihren Sohn zur Welt. Josef polsterte eine Futterkrippe mit Stroh und Tüchern aus, damit das Baby darauf schlafen konnte. Draußen ging der Wald seltsames Vorsicht. Auf den Weiden vor der Stadt hörten sie mit ihren Schafen. Sie saßen abfeuern und erhielten sich. Plötzlich wurde es Tag hell. Ein Engel stand vor ihnen. Habt keine Angst, sagte er. Fürchtet euch nicht. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Heute wurde der Retter der Welt geboren. Darüber geschah es in Bethlehem. Der Retter, der Messias, heute hier, fragten die Hürden aufgeregend. Richtig, der Messias, antwortete der Engel. Geht hin und schaut nach. Das Kind liegt in Villen, gewickelt in eine Krippe. In einer Futterkrippe. Sofort sprangen die Hürden auf. Und in einer Futterkrippe? Dann muss es in einem Stall geboren sein. Sie wollten loslaufen. Aber plötzlich war der nicht mehr nur ein Engel, sondern viele. Und sie sangen, Ehre sei Gott im Himmel und Frieden den Menschen, denn er liebte sie. Staunend lauschten die Hürden den Gesang. Dann rannten sie los. Schnell fanden sie den Stall, in dem Maria und Jesus ihr Baby schlief. Wir möchten das Kind gerne sehen, erklärten sie. Ein Engel hat uns davon erzählt, das ist der versprochene Retter, der Messias. Am nächsten Morgen wusste schon fast die ganz Bittlern Bescheid, denn die Hürden bieten nicht für sich, was der Engel ihnen gesagt hat. Jeder erzählten sie voller Freude, was sie danach erlebt hatten, obwohl man ihnen glaubt oder nicht. war ihm ganz egal. Der Retter ist da. Etwa sechs Wochen später reist Maria und Jesus mit ihren Kindern nach Jerusalem. Das Gesetz schrieb vor, dass jeder Eskaborene Ja, das war eigentlich noch eine andere Geschichte. Das ist noch eine andere Geschichte, die noch weiter geht. Und da geht es darum, dass es dann Eskaborene auch gezielten lassen ist und der Herodes Aber das ist eine Geschichte, die danach kommt. Die würde ich dann ja mal erzählen. Ich hoffe, die hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ich habe mir doch nicht so schnell gesprochen. Ich hoffe, es war verständlich. Und Ich hoffe, es war in Ordnung. Ihr könnt es heute verstanden haben, hoffe ich mal. Ich muss klarstellen, dass es nicht direkt von einer normalen Bibel vorgelesen ist, sondern von einer Wie soll ich sagen? Einer Ja, aus einer biblischen Geschichte für klein und groß. Also so eine Kinder Bibel. Ist auf einfachem ein bisschen einfacher gefasst. Nicht ganz Text Teiltext gleich ist wie jetzt im Neuen Testament bei Lukas Kapitel 2 Versich 21 1 bis 21 Das ist noch ein bisschen anders. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, das war das kleine Geschichte mit Vorgeschichte und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und wenn wir uns nicht mehr hören, guten Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt gesund, das ist die Hauptsache. Und ja, we wish you a merry Christmas Happy New Year. Happy New Year. Ne? Und genau. Seid gesegnet. Gott hat euch lieb und begleitet euch auf euren Wegen. Und genau. Ich hoffe, ja, passt euch gut auf. Und genau. Vielleicht kann ich gleich noch ein bisschen Weihnachtssing machen. ohne Melodie leider kann ich leider in die Glauben machen. Das würde ich machen. Darum wirklich einfach frohe Weihnachten. Alles Gute. Also nicht wundern, die Geschichte stammt aus biblischen Geschichten. Für klein und groß ist eine Abhandlung vom Götz zum Neuen Testament. ist ein bisschen anders geschrieben hier. Soll man bitte nicht wundern, worum das anders geschrieben ist. In der normalen Testament Lukas Evangelium steht das anders noch ein bisschen beschrieben. Wieso wird es so gerade beschrieben? Weil es kindermäßig ist. Einfacher. Ich hoffe, ihr seid mit einverstanden. Dann alles Gute. Auf Wiedersehen. Euer ADFM. Ciao.